Großartige Kulisse für ein, denke ich, spannendes Thema. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Studentinnen und Studenten. Ihr seid es in diesem Moment tatsächlich, weil ihr befindet euch in einer Universität und das Wort studere kommt aus dem Lateinischen und das heißt so etwas wie wir bemühen uns, wir streben nach etwas und wir lernen. Und das wollen wir genau jetzt tun. Wir gemeinsam wollen lernen, wir wollen von Pflanzen lernen und in den nächsten Minuten wollen wir uns damit beschäftigen, warum können wir tatsächlich von Pflanzen lernen. Wir haben gerade eben in der Vorrede sehr viele verschiedene Wir-Fragen gestellt. Vordergrundig geht es natürlich um, warum können wir von Pflanzen lernen, aber bei der Gelegenheit werden wir viele von diesen anderen, wo, wieso, was, auch noch mitbehandeln. Beginnen möchte ich mit dem Wo. Wisst ihr, wo ich diese Aufnahme gemacht habe, wo dieses Foto aufgenommen worden ist? Ja, richtig. Das ist im Botanischen Garten, das ist ein Gewächshaus im Botanischen Garten. Wer von euch war schon mal im Botanischen Garten? Das sieht gut aus, da brauche ich gar nicht die Gegenfrage stellen, da sind tatsächlich fast alle gewesen. Und ich darf euch erzählen, ich bin Professor und darf tatsächlich in diesem wunderschönen Botanischen Garten arbeiten und ich meine, ich habe damit einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt, vielleicht so besser. Dieses Wort schön ist tatsächlich auch das Erste, was man als Antwort geben kann, warum können wir von Pflanzen lernen. Pflanzen sind nämlich wunderschön. Einige Abbildungen dazu. Eine Blumenwiese in meinem Garten. Ein Sonnenblumenfeld, ganz in meiner Nähe, ganz in der Nähe von Sophienthal. Und was wir sehen ist eine wunderschöne Sonnenblume. Diese Sonnenblume blüht für mehrere Tage bis sogar Wochen. Das ist ganz anders bei der mexikanischen Tigerblume, die ich hier unten abgebildet habe. Die blüht nur für ein paar wenige Stunden. Die blüht früh am Morgen auf und ist bereits am Abend wieder verblüht. So ähnlich ist das bei der Viktoria, bei der Amazonas Riesenseerose, wir nennen sie wie gesagt Viktoria. Zwei Abbildungen aus dem Botanischen Garten. Die Blüte hier, weiß blühend, blüht in der ersten Nacht. In der zweiten Nacht ist die gleiche Blüte dann rosa-rot. Gut, das ist auch der Grund, ich hatte es gerade erzählt und da steht es auch, diese Blüten blühen in der Nacht. Der Botanische Garten hat also zweimal im Jahr tatsächlich auch in der Nacht offen. Hat jemand von euch schon mal diese wunderschönen Blüten gesehen? Hand hoch. Das sind schon ein paar weniger. Ich glaube, nächstes Jahr werdet ihr Mama und Papa mal fragen, ob ihr da hingehen könnt, wenn der Botanische Garten auf hat. Das sieht nämlich wirklich wunderschön aus. Im Übrigen, diese Viktoria wird uns in der Vorlesung noch öfters beschäftigen, ihr werdet es sehen. Letzter Punkt. Pflanzen sind wunderschön und entsprechend freut sich eure Mami auch ab und zu mal über Blumen. Papi macht es, denke ich, regelmäßig und schenkt mal eine rote Rose. Ihr könnt das auch. Aber nicht nur zum Geburtstag, aber zum Geburtstag ist es natürlich besonders schön. Es gibt noch mehr Gründe, warum wir von Pflanzen lernen können. Pflanzen werden alt. Dieser Baum, diese Eiche in der Nähe von Zufienthal ist schon ein paar hundert Jahre alt. Wenn man einen solchen Baum fällt, dann kann man sogar erkennen, wie alt er tatsächlich ist. Wisst ihr, wie man das macht? Das ist super. So viele, die das wissen, dann kann ich das ganz kurz für die, die es nicht wissen, noch erklären. Man zählt Jahresringe. Das hier ist der Bereich, der dieser Baum über ein Jahr, den Sommer hinweg, Frühjahr, Sommer und Herbst, gewachsen ist. Und in diesem Baumstamm im Botanischen Garten in Padua hat man für jedes Jahr einen Nagel eingeschlagen. Und entsprechend einfach war es für mich, dass ich diese Nägel gezählt habe. Da bin ich bei 35 Jahren rausgekommen. Und nachdem ich alle Nägel gezählt habe, konnte ich sehen, dieser Baum ist 150 Jahre alt. Es gibt aber noch Bäume, die sind viel, 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 viel älter. Wie alt? Eine Million Jahre alt sind sie nicht, aber 10.000 Jahre ist schon viel. 10.000 Jahre alt, ein Baum, der kann schon wirklich was erzählen. Ich habe einen Baumstamm mitgebracht, der Baum stamm von einer Sumpfzypresse. Der steht hier vorne. Und ich denke, willst du mal zählen? Das kann man ganz toll, komm mal her. Ja, fang mal an. Das ist 1, 2, 3. Gut. Gut, ich bin auch auf 25 gekommen. Du warst jetzt sogar bei 27, weil ihr das in der Mitte gezählt habt. Das heißt also, dieser Baumstamm, der sieht ganz schön groß aus, ist ungefähr 27 Jahre alt. Bäume werden groß. Bäume werden sehr groß. Das hier ist eine Buche, die steht in der Nähe von Stuttgart. Und wenn wir uns das angucken, diese Buche ist ungefähr 30 Meter hoch. Es gibt Bäume, die sind noch viel, viel größer. Es gibt Bäume in Kalifornien. Den Riesenmammutbaum, der wird... Du meldest dich? Wie groß wird der Baum? Wie groß kann ein Baum werden? Der kann noch größer werden. 110 Meter. Der Baum, an den ich denke, der ist sogar 115 Meter. Und man hat im 19. Jahrhundert einmal einen Baum gefällt in Australien, der war 135 Meter hoch. Nur zum Vergleich. Unser Posthochhaus hier in Braunschweig ist gut 90 Meter hoch. Und das höchste Gebäude, was wir in Braunschweig haben, ist der Schornstein vom Kraftwerk Mitte. Und der ist 198 Meter hoch. Da ist dann wirklich so ein Riesenmammut oder Riesen-Eukalyptusbaum im Vergleich doch relativ groß. Gut, das hier ist das Blatt der Viktoria. Das ist riesig groß. Ungefähr zwei Meter im Durchmesser. Die kleinen Pünktchen, die wir hier sehen, das ist eine Wasserlinse. Diese Wasserlinsen sind im Vergleich zu den riesigen Blättern natürlich ganz winzig klein. Die sind so circa einen Zentimeter. Okay, und der letzte Punkt ist, der eigentlich das Faszinierende ist, Pflanzen wachsen auf dieser Erde fast überall. Fast heißt natürlich, sie brauchen Wasser, also in einer Wüste, in einer echten Wüste wachsen sie nicht. Aber wir sehen hier im Naturschutzpark Soos von Tschechien. Die Erde lässt nicht viel Wachstum zu, aber einige wenige Pflanzen schaffen es. Das hier ist zum Beispiel Schilf. Und wir sehen auf der anderen Seite hier eine Insel, die Insel Vulcano bei Italien. Wir erkennen da den Vulkan. Wir erkennen da oben auch, der Vulkan ist aktiv. Zumindest die, die vorn sitzen, sehen sehr schön, wie da immer noch Rauch rauskommt. Und vielleicht seht ihr, hier ist ein Schild. Und dieses Schild macht uns Menschen darauf aufmerksam, das sind giftige Gase. Wir müssen aufpassen und wir müssen notfalls weglaufen. Und was wissen wir? Wir können weglaufen, aber Pflanzen können es nicht. Pflanzen haben keine flinken Füße und können nicht weglaufen, wie hier sehr schön dargestellt. Deswegen, was wir uns merken müssen ist, Pflanzen passen sich an den Ort an, an dem sie tatsächlich bisher gewachsen sind oder wo sie anfangen zu wachsen. Und dieses Anpassen braucht Zeit. Das Anpassen braucht viel Zeit. Landpflanzen wachsen seit 450 Millionen Jahren auf dieser Erde. Unsere Erde ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt, also schon mal noch ein bisschen älter. Aber im Vergleich zu diesen 450 Millionen Jahren ist der Mensch erst seit 4 Millionen Jahren. Und wie wir hier sitzen, das heißt, der jetzt Mensch Homo sapiens erst seit 40.000 Jahren auf dieser Welt. Und wenn wir uns das mal vergleichend ansehen, das Pflanzen ist eine riesig lange Zeit, 450 Millionen Jahre. Wir Menschen, 40.000 Jahre auf der Erde, hatten längst nicht so viel Zeit, um sich zu entwickeln. Das heißt, die Pflanzen haben uns einiges voraus. Die haben dieselben Probleme wie wir. Sie können sich nicht wegbewegen. Sie müssen sich anpassen und hatten dafür viel Zeit. Und von dem Problem und von den Anpassungsmechanismen, von dem wir dann lernen können, möchte ich in den nächsten Folien berichten. Der erste Punkt. Pflanzen müssen sich verteidigen. Wir sehen hier einen Schwiegermutterstuhl. Und das ist genau dieser Kaktus, der hier steht. Ihr seht ihn. Sehr schön, dass da oben drauf ist Lady Lucinda. Über Lady Lucinda erzähle ich später noch. Dieser Kaktus hat jede Menge Pikse-Dinger. Diese Pikse-Dinger. Und das hier ist der Stängel von der Viktoria. Von der Viktoria-Riesenseerose, die ich euch bereits gezeigt habe. Und was sehen wir? Jede Menge Pikse-Dinger. Was machen wir Menschen? Wenn uns etwas besonders wichtig ist, wie zum Beispiel die Fahrräder, die hier unten stehen, oder ganze Häuser, ganze Gebäude, dann bauen wir einen Zaun, machen ein Tor und obendrauf sind Pikse-Dinger. Ganz genau. Das heißt, wir schützen uns so, wie sich Pflanzen selber auch schützen. Und jetzt eine große Frage. Auch Rosen haben diese Pikse-Dinger hier einmal abgebildet. Die Frage ist, wie heißen diese Pikse-Dinger von Rosen? Ich habe zwei Möglichkeiten, Stacheln oder Durnen. Was meinst du? Ja. Wer ist noch für Durnen? Hand hoch. Das heißt, ihr habt alle irgendwann mal das Märchen vom Durnenröschen gesehen, gehört, gelesen. Richtig? Ja. Und was wissen wir? In einem Märchen ist nicht immer alles richtig. Und wir merken uns bitte an dieser Stelle, Rosen haben keine Durnen, Rosen haben Stacheln. Kakteen, dieser Schwiegermutterstuhl, der hat wirklich Durnen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir merken uns, wie können wir es uns merken? Ganz einfach. Ein Stachel kann man abbrechen. Was ihr hier seht, ist, ich habe eine Rose mitgebracht. Und an dieser Rose sind noch ganz viele Stacheln dran. Wer möchte die mal abbrechen? Gut. Kann man die abbrechen? Genau. Ab. Und? Ab. Wunderbar. Die sind ab. Möchtest du die Rose haben? Möchtest du die Rose haben? Für Mami? Ja. Wunderbar. Hat ganz viele Stacheln. Gut. Und jetzt ist die Frage, okay, also wir haben gelernt, kann man leicht abbrechen. Das hier, vielleicht erkennt ihr es, da ist eine ganz kleine Frucht dran. Das ist eine Zitrusfrucht. Und die hat auch diese Piekse-Dinger. Die sehen sogar noch ein bisschen gefährlicher aus. Willst du mal versuchen? Ja. Also, wenn man ganz viel Kraft einsetzt, dann schafft man es. Und ich habe noch was viel Schlimmeres. Ja, also, dann probiere mal. Aber ganz vorsichtig. Versuch mal abzubrechen. Keine Chance. Au. Dann bricht es. Dann bricht es. Das heißt, also, Stacheln kann man abbrechen, aber Durne nicht. Und eine zweite Sache, die wir uns jetzt wieder merken können. Wir haben nämlich geguckt bei den Pflanzen, was die alles Tolles haben. Und wir haben auch noch etwas übernommen, das heißt Stacheldraht. Kennt ihr alle, glaube ich, ne? Und das heißt nicht Durnendraht, sondern das heißt Stacheldraht. Okay, und damit könnt ihr heute Abend zu Hause Mama erzählen oder Papa erzählen. Das, was ich bisher gelernt habe, war alles falsch. Rosen haben keine Durnen, sondern Stacheln. Gut, weiter. Pflanzen sind wahre Baumeister. Wir sehen hier an dieser Stelle die Unterseite des Blattes der Riesenseerose, der Viktoria. Und was ihr, glaube ich, sehr schön seht, ist, damit dieses Blatt stabil bleibt, gibt es jede Menge Verstrebungen darunter. Und diese Verstrebungen, die machen auch wir. Die nutzen auch wir, wenn wir zum Beispiel ein Dach bauen. Das hier ist der Dachstuhl. Da drauf wird das Dach gelegt. Und nur dann, wenn wir den Dachstuhl gut bauen und richtig bauen, ist das Dach auch tatsächlich stabil. Bei der Riesenseerose ist das ganze System so stabil, dass man sogar den kleinen Theo da draufsetzen kann oder stellen. Theo ist so alt wie hier. Theo ist ungefähr 25 Kilo schwer. Und man sieht schön, wenn man auf dieses Blatt eine Plexiglasplatte drauflegt, wie toll dieses Blatt Theo aushält. Ihr seht, irgendwann muss ich ihn dann wieder runterheben, weil es klappt natürlich nicht für Ewigkeiten. Aber gerettet und alles ist gut. Okay, Pflanzen müssen auch Wasser und Luft leiden können, so wie wir Menschen. Wir sehen zwei Beispiele. Hier, diese Bäume hatten zu viel Wasser und zu wenig Luft. Dieser Baum, das ist eine Wuche, hat kein Wasser in diesem Jahr bekommen und ist gestorben. Das ist im Übrigen ein Problem, was wir gerade eben ganz aktuell haben. Ein Problem des globalen Klimawandels, darüber wird viel diskutiert und ihr habt viel in der Presse dazu sicherlich schon gelesen. Pflanzen haben dafür Lösungen. Wir sehen den Stängel der Viktoria. Riesenlöcher, Riesenröhren. In diesen Röhren kann wunderbar Luft transportiert werden. Wasser kann transportiert werden in diesen Röhren. Wir sehen diese Röhren unter dem Mikroskop von ganz normalen Bäumen. Was machen wir? Wir nutzen das gleiche System. Diese Röhren werden nämlich stabilisiert durch kleine Spiralen, die man hier angedeutet sieht. Wir nutzen das gleiche System, wenn wir Schläuche bauen. Das ist der Saugschlauch einer Feuerwehr. Vielleicht habt ihr es mal gesehen. Der Saugschlauch ist ungefähr 15 Zentimeter im Durchmesser. Und wenn die Feuerwehr aus einem Teich Wasser saugt, damit sie auf der anderen Seite ein Brand löschen kann, dann stabilisieren diese Stahlträhte da drin diese Röhre, damit sie nicht zusammenfällt. Sauberkeit. Sauberkeit. Auch Pflanzen wollen sauber sein. Das Bild kennt ihr bereits. Das ist ein Lotus, eine Lotuspflanze. Wunderschöne Blüten. Das Blatt unter dem Mikroskop zeigt uns, dass da winzig kleine Papillen drauf sind. Zusätzlich ist Wachs drüber gezogen und dieser Aufbau verhindert, dass der Kohlestaub, den ich hier drauf gestreut habe, länger drauf sitzen kann. Wenn also jetzt Wasser drüber läuft, wird es einfach abgespült. Ich habe dafür mal ein Experiment für euch gemacht. Folgendes Experiment. Auf einem ganz normalen Zeichen Papier habe ich Kohlenstaub aufgepudert. Dann habe ich diesen Kohlenstaub versucht abzupusten. Was man sieht, funktioniert nicht. Dann habe ich versucht, diesen Kohlenstaub abzuwaschen. Was wir sehen, funktioniert nicht. Aber das funktioniert ganz wunderbar, wenn wir das mit einem Lotusblatt machen. Das Lotusblatt, wir sehen hier ganz, wird mit Kohlestaub bepudert. Und dann sehen wir weiter, da ist der Wasserhahn. Wir schauen uns das an. Wir waschen den Kohlenstaub einfach ab. Das Blatt ist sauber. An der Stelle, wo natürlich das Wasser hingekommen ist. Und wir Menschen, was machen wir Menschen? Wir nutzen natürlich diesen Effekt. Ihr seht hier das Auto, das Auto meiner Frau. Und was ich gemacht habe, ich habe die eine Hälfte der Windschutzscheibe mit dieser Lösung eingeschmiert. Regenabweiser steht da drauf. Siehst du gut. Regenabweiser. Und es nennt sich Perlway. Okay. Das Experiment dazu. Nach dem Einschmieren, da ist die Gießkanne. Wird einmal Wasser über diesen Bereich, über diese ganze Windschutzscheibe gegossen. Das sehen wir. Da steht das Wasser. Und da ist es heruntergeflossen. Und wird dann natürlich den gesamten Staub einfach mitnehmen. Das heißt, das Auto wäre sauber und vielleicht wisst ihr es, Mama, Papa, Oma, Opa. Wenn sie einmal in die Waschgarage mit dem Auto fahren, hinterher kann man es mit Wachs versiegeln. Wenn wir es uns von Nahem angucken, sehen wir Wassertropfen, die hier auf dem Lotusblatt drauf sitzen. Und das Gleiche auf der Windschutzscheibe. Da sehen wir, es sind Wassertropfen und der Fahrtwind würde diese Wassertropfen einfach wegpusten. Man kann dieses Experiment auch selber machen. Wenn ihr im nächsten Jahr zum Beispiel mal im Botanischen Garten seid, dann merkt ihr euch bitte Frauenmantel. Bei jungen Blättern vom Frauenmantel seht ihr auch diese wunderschönen Wassertropfen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr zu Hause auch einen Gummibaum habt. Da ist der Gummibaum und da ist Wasser. Und wenn man über so ein ganz junges Blatt das Wasser laufen lässt, dann erkennt ihr wahrscheinlich auch ganz einfach, das bleibt nicht drauf. Das würde passieren hier bei dem alten Blatt, da bleibt es. Aber hier perlt es genauso gut wieder ab. Okay, was haben wir gerade eben gelernt? Wir haben gerade eben gelernt, dass die Lotusblume etwas erfunden hat. Wir nennen es Lotus-Effekt, was wir Menschen nutzen können. Und dabei sind wir bei einem Begriff angekommen, bei einem Fachbegriff, der heißt Bionik. Der bedeutet, wir übertragen Phänomene, die wir Menschen, uns von Natur, von Pflanzen, von Tieren abgeguckt haben, auf unsere Technik. Ein zweites Beispiel, was ich habe, ist der Klettverschluss. Ihr alle, denke ich, kennt den Klettverschluss. Das hier ist ein Klettverschluss. Und ich würde denken, an den meisten Jacken ist ein Klettverschluss dran. Und was kann man mit einem Klettverschluss? Ja, sag's. Man kann damit was verschließen und dann kann man es wieder und wieder öffnen. Also verschließen und öffnen und verschließen und öffnen. Wer hat es erfunden? Die Pflanzen, nicht die Schweizer waren es, die Pflanzen. Und welche Pflanzen? Die Klette. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da drauf sitzt auch eine Klette. Und die Klette, die ich euch davon abgebildet habe, macht genau dasselbe. Oder sagen wir, die macht es schon lange. Wir haben uns das einfach nur abgesehen. Weshalb macht die Klette das? Die möchte die Samen, die Samen, die da drin stecken, über weite Wegstrecken verbreiten. Und vielleicht habt ihr dasselbe schon gesehen. Wenn ihr im Wald, im Feld spazieren geht mit euren Eltern, vielleicht sogar noch einen Hund dabei habt. Und der Hund flitzt von dannen. Er kommt häufig weg, wieder zurück und hat jede Menge Kletten im Fell. Dasselbe passiert mit dem Fuchs. Dasselbe passiert mit dem Hasen. Oder es passiert natürlich auch mit uns und unserem Pullover. Und damit ihr das zu Hause mal ausprobieren könnt, wie das mit den Kletten funktioniert, habe ich euch mal ein paar Kletten mitgebracht. Ich habe sie zur Sicherheit eingeschweißt. Also in kleine Tütchen reingetan. Und wer möchte, und ich würde sagen, ich habe nicht für alle Kinder Kletten dabei, aber zumindest für alle die, die im November Geburtstag haben. Wer hat alles Geburtstag im November? Wunderbar. Wenn ihr möchtet, kommt ihr dann vorbei und holt euch hier tatsächlich eine Klette ab. Die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Dann könnt ihr euren Eltern zeigen, ja, die Pflanzen waren es. Gut. Weiterer Punkt. Wiederverwertung. Recycling. Wir recyceln alles, was wir haben. Die Pflanzen, die tun das schon ganz lange. Die machen das nämlich sehr effizient. Schaut euch das mal von nahem an. Was seht ihr? Eine Venusfliegenfalle und da ist ein dicker, fetter Brummer drauf. Ein Sonnentau, da ist eine kleine Fliege drauf. Was machen die damit? Ja, sag. Die machen die Falle zu und essen das Insekt auf. Das heißt, alles, was in dem Insekt drinsteckt, verwerten sie, so wie wenn wir Nahrung aufnehmen. Und das machen Pflanzen natürlich immer dort an der Stelle, wo die Nährstoffe im Boden nicht so ausreichend sind. Und was machen wir? Hier in unserer Uni haben wir ein Mülltrennungssystem, wo wir den Restmüll oder wo wir die Dosen, wo wir die Getränkekartons oder wo wir Aluabfälle entsorgen können und wo dann hinterher tatsächlich das Ganze recycelt wird. Und ich dürfte euch und könnte euch noch ganz viele weitere tolle Beispiele bringen. Aber natürlich ist die Zeit begrenzt. Deswegen das letzte Beispiel an dieser Stelle, was auch in eurem kleinen Heftchen drin ist. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Pusteblume, die einen Fallschirm hat. Und was macht eine Pusteblume mit den vielen kleinen Fallschirmen? Ja. Sag. Die Samen werden schäben, damit sie dann sich verteilen. Wunderbar. Genau dasselbe, wie es die Klette macht. Die Klette nutzt uns Menschen und Tiere. Und die Pusteblume nutzt den Wind. Und die Samen werden über weite Wegstrecken verbreitet. Schön. Damit haben wir eine Vielzahl von Beispielen gehabt und haben gelernt, warum Pflanzen oder warum wir von Pflanzen lernen können. Wir haben gelernt, sie haben die gleichen Probleme wie wir. Sie haben intelligente Lösungen geschaffen. Und möglicherweise ist ja für euch mittlerweile interessant geworden, wie wir das entdecken. Wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und an dieser Stelle kommt einfach mal der Wissenschaftler in mir. Also ich bin nicht nur Lehrer, sondern ich bin auch Wissenschaftler. Genau. Dankeschön, David. Und normalerweise sind wir natürlich im Labor unterwegs. Ihr seht hier in Braunschweig, das ist David, der an einer sogenannten Clean Bench arbeitet. Oder wir sehen hier auf der linken Seite Kollegen in Chongqing. Das heißt also nicht nur in Deutschland wird in Laboren gearbeitet, sondern natürlich auch wie hier in China. Und ihr seht tatsächlich, das sind Pflanzen, das sind kleine Bäume, mit denen wir uns beschäftigen. Aber sehr häufig reicht das Labor nicht aus. Man muss in die Natur und das kann zum Teil ganz schön weit weg sein. Also in diesem Fall zeige ich euch unten rechts die gleiche Abbildung, die ihr schon mal gesehen habt. Nämlich ein Vulkan und Pflanzen wachsen in der Nähe des Vulkans. Dieser Vulkan hier ist Sizilien, ist nördlich von Sizilien. Das ist die Insel Vulcano. Und was ihr seht, das ist das Institutsgebäude. Also dann packt man ein Auto voll mit Labormaterialien, fährt mit dem Auto, fährt mit dem Schiff bis zu dem Vulkan. Manchmal muss man tatsächlich dann auch die Geräte sehr weit tragen. Also ein bisschen muss man auch Sport machen können. Und am Ende hat man dann sein kleines Labor in dem Auto und kann an Ort und Stelle mit diesem Labor dann die Untersuchung machen, um zu finden und zu entdecken und zu verstehen, wie Pflanzen sich tatsächlich anpassen. Gut, an der Stelle kann man auch mal zeigen, wie sowas dann aussieht. Das ist ein Eukalyptusbaum, dem geht es gut. Und dieser Eukalyptusbaum hier zum Beispiel, der hat mit diesen giftigen Gasen des Vulkanes durchaus zu kämpfen. Er schafft es. Ihr seht, er ist immer noch grün, aber ihm geht es nicht ganz besonders gut. Aber er lebt und stirbt nicht. Schön, ich hatte euch erzählt, ein Baum kann hoch sein. Und dann hatte ich euch gerade eben erzählt, dass man zum Teil an die Blätter herankommen möchte. Die Blätter sind aber zum Teil relativ weit oben. Ich hatte gesagt, 30 Meter ist keine Seltenheit. 30 Meter muss man aber hochsteigen. Wie macht man das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Euch würde sofort einfallen, man klettert den Baum hoch. Richtig? Aber 30 Meter, da muss man schon vorsichtig sein. Was würdest du vorschlagen? Eine Drohne hochsteuern. Wunderbar, das kann man machen. Was kann man noch machen? Die Blätter fallen ja runter oder kommt irgendwie mit der Blätter, wenn die Blätter fahren. Ja, also die Blätter fallen natürlich irgendwann runter, das ist richtig. Aber die Blätter sind dann meist so alt, dass man damit keine Untersuchung machen kann. Man könnte mit einem Feuerwehrauto natürlich da hinfahren und mit der Leiter da hochgehen, aber das Feuerwehrauto kommt natürlich in den Wald schlecht rein. Das heißt also, Klettern ist tatsächlich in vielen Fällen die Lösung der Wahl. Aber wir sehen es, das müssen dann Profis machen. Das sind dann tatsächlich ausgebildete Klettermeister, die dann an einem Strick nach oben klettern, bis in die Krone hinauf und dann da oben tatsächlich Dinge herausschneiden können. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, ihr seid in einer Uni und eine Uni ist auch eine Schule. Und was gibt es in der Schule? Was gibt euch der Lehrer regelmäßig auf? Hausaufgaben, genau. Und Hausaufgaben habe ich auch für euch. Das sind aber ganz schöne Hausaufgaben. Ihr braucht keine Sorgen zu haben. Ihr merkt euch einfach mal zwei Begriffe. Zwei Begriffe, die ihr heute Abend bei YouTube eingebt und Baumklettern und Wissenschaft einfach verwendet, damit ihr versteht, wie dieser Mann in die Baumkone hinaufsteigt, wie er dort Blätter herausschneidet und damit ihr dann sehen könnt, was wir mit diesen Blättern machen. Wir haben nämlich, wir untersuchen in einem Projekt, wie Bäume sich bei großer Trockenheit verhalten. Und ihr wisst alle, Trockenheit ist ein großes Problem mittlerweile. In Sommermonaten haben unsere Bäume über viele Wochen hinweg zum Teil nicht ausreichend viel Wasser. Und sie leiden natürlich ganz massiv darunter. Gut, also Hausaufgaben für heute. YouTube anmachen, das dürft ihr mal sagen. Der Professor hat es gesagt. Baumklettern und Wissenschaft eingeben und dann mal nachschauen, was da tatsächlich passiert. Gut, aber es gibt auch noch eine ganz andere, sehr interessante Möglichkeit. Die Möglichkeit, Blätter aus Bäumen herauszuholen, geht so. Ich organisiere mir einen Fürster. Der Fürster hat ein Schießgewehr. Und vielleicht seht ihr, der schießt nicht auf Rehe, auch nicht auf Hasen. Und ich verspreche euch, da oben sitzt in dem Moment auch keine Taube, auf die er schießt, sondern Ohren zuhalten, bitte schön. Ohren zuhalten und gucken, was er macht. Und was sehen wir? Er hat getroffen und er hat einen Ast heruntergeschossen, mit dem wir dann tatsächlich auch entsprechend weiterarbeiten können. In vielen Fällen geht es dann tatsächlich ins Labor. Im Labor gucken wir uns dann diese Dinge an, nämlich den Blattquerschnitt. Ein solcher Blattquerschnitt besteht aus vielen einzelnen Zellen. Und um diese winzig kleinen Zellen anzusehen, brauchen wir ein Mikroskop. Und zwar ein ganz besonderes Mikroskop, ein sogenanntes Laser-Mikroskop oder wir sagen dazu auch ein konfokales Laser-Scanning-Mikroskop. Und was können wir mit dem Mikroskop machen? Wir können mit diesem Mikroskop einzelne Zellen ansehen. Das ist eine Zelle. Und das Besondere dabei ist, dass diese Zelle im Vorfeld durch einen Trick zum Leuchten gebracht worden ist. Das heißt, wir sehen hier das Leuchten einer Zelle. Mit dem Mikroskop haben wir diese Zelle aufgenommen. Und was wir können ist, wir können tatsächlich in diese Zelle jetzt richtig hineinsehen. Und es ist natürlich klar, was wir mit Pflanzen können, das können wir auch mit Tieren. Und deswegen zeige ich euch ein Tier. Was wir hier an der Stelle gemacht haben, ist, auch dieses Leuchten ist Biolumineszenz, ist Bionik. Das heißt also, auch das ist etwas, was wir von Tieren abgeguckt haben. Aber das eigentliche Tier, was ich euch zeigen wollte, ist eine Schildlaus. Kennt ihr alle eine Schildlaus? Ja und nein? Also, das ist eine Schildlaus. Wo sitzt eine Schildlaus? Nein, zum Glück nicht. Das sind Kopfläuse. Schildläuse sitzen auf Blättern. Auf Blättern von Bäumen, auf Blättern von Pflanzen. Und diese Schildlaus haben wir mit dem Mikroskop genauso aufgenommen, wie ich das vorneweg von der Zelle gezeigt habe. Und das Tolle ist, guckt mal bitte nach vorn. Wir drehen jetzt einfach mal gemeinsam diese Schildlaus um. Und jetzt könnt ihr sehen, wie diese Schildlaus von unten aussieht. Und wir können ganz wunderbar die Beinchen zählen. Wir sehen die Mundwerkzeuge. Und wir erkennen durchaus auch, und das könnt ihr Mama und Papa heute Abend erzählen, eine Schildlaus von einer Pflanze abspülen. Einfach nur in der Dusche funktioniert nicht. Man muss ein bisschen mehr tun. Man muss sie nämlich durchaus richtig abputzen. Denn es gibt so ganz viele kleine Haken, Widerhaken, mit denen sich die Schildlaus ganz fest in das Blatt einbohrt und überhaupt nicht wieder runtergehen möchte. Gut, damit bin ich schon fast am Ende meiner Vorlesung. Und wir fassen mal zusammen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, Pflanzen können groß oder klein sein. Das ist bestimmt nicht ganz was Neues. Das habt ihr vorneweg gewusst. Wir können sehr alt werden. Wir haben gelernt, bis zu 10.000 Jahre kann ein einzelner Baum werden. Wir haben gelernt, Pflanzen leben schon sehr lange auf dieser Welt. 450 Millionen Jahre. Das ist eine gewaltig lange Zeit. Und wir haben gelernt, sie leben fast überall auf dieser Erde. Und dafür mussten sie sich entsprechend an diese Lebensbedingungen anpassen. Und dafür haben sie viele, viele interessante Lösungen gefunden. Wir nennen das Finden von Lösungen, die wir dann später einsetzen können als Mensch, Bionik. Bionik ist ein zusammengesetztes Wort aus der Biologie. Da komme ich her. Pflanzenbiologie. Und im zweiten Begriff der Technik. Also Bionik. Und wir merken uns, das ist das Lernen von der Natur. Gut. Damit bin ich am Ende meiner Vorlesung. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Das könnt ihr so toll. Ich bin ganz stolz auf euch. Und habe noch etwas mitgebracht. Zwei Dinge. Wenn ihr wollt. Erstens. Hier sind noch weitere vier wunderschöne Rosen. Und ich hatte vorhin gefragt, wer hat diesen Monat Geburtstag? Jetzt frage ich eine andere Frage. Wessen Mama hat heute Geburtstag? Mama hat Geburtstag. Mama hat Geburtstag. Super. Habt ihr heute schon Rosen geschenkt? Ich gehe davon aus, dass es bestimmt nicht mehr als vier Kinder sind, wo Mama heute Geburtstag hat. Holt euch dann gerne eine dieser vier Rosen hier vorne ab. Und das zweite, was ich noch mitgebracht habe. Ihr bleibt alle noch sitzen. Die Jacken bleiben noch aus. Erinnert euch daran, was ich am Anfang gesagt habe. Alle hinsetzen. Jacken aus. Zuhören. Gut. Wer möchte, kann sich so eine fleischfessende Pflanze hier. da vorne noch angucken. Und ich habe eine große Schere mitgebracht. Und wenn wir wollen, wenn ihr wollt, können wir natürlich auch ein solches Blatt noch abschneiden und mal nachsehen, wie viele Insekten da tatsächlich drin sind. Oder können wir das auf den Monitor bringen? Für alle? Also nochmal genau zuhören, sitzen bleiben, lausen, gucken. Das ist der Rest der vielen Insekten, die hier drin von der Pflanze bereits, von einer Kannenpflanze bereits verdaut worden sind. Und ich mache das hier auch nochmal und bin einfach schnell. Und da seht ihr, was hier alles Tolles drin ist. Gut. Also, dann denkt dran, alle, die diesen Monat Geburtstag haben, bekommen eine Klette. Und wo Mami heute Geburtstag hat, die bekommen ein Ohr. Dankeschön. Ihr bleibt immer noch sitzen. Sag mal, so schlecht kann euer Gedächtnis doch gar nicht sein. Erstens, können wir uns jetzt nochmal ganz dolle bedanken. Und da bleibt er immer noch sitzen. Zweitens, was hatte ich gesagt, wenn die Vorlesung rum ist? Und wir sind super in der Zeit. Das ist super, super pünktlich. Wir haben also Zeit für ein, zwei Fragen in der großen Runde. Also, wer hat jetzt noch eine Frage? Du hast dich ganz schnell gemeldet. Dann sag mal deine Fragen. Wie alt kann dieser Kaktus werden? Dieser Schwiegermutterstuhl, bei dem Lady Lucinda oben drauf sitzt, der kann sehr alt werden. Also, 150 Jahre kann so ein Kaktus alt werden. Der ist dann aber natürlich nochmal viel größer. Bei dem wissen wir es nicht ganz genau. Vielleicht ist er 35 Jahre alt. Vielleicht ist er aber auch schon 50 Jahre alt. Der ist also auch schon, im Vergleich zu euch, sehr alt. Dann haben wir noch eine Frage. Die schaffen wir auch noch. Warum benutzen Sie einfach nicht diese Pflanzen, die auch zusammenkleben? Ah, warum im Prinzip es einen Klettverschluss gibt und man nicht einfach die Pflanzen nimmt? Na ja, also ich glaube, es wäre sehr unpraktisch, wenn an meinem Kittel, es wird es sicherlich funktionieren. So, und dann das so zu machen. Vielleicht hat man das früher gemacht. Heute geht es einfacher, indem man, Klettverschluss da, Klettverschluss da. Aber ich glaube, das ist praktischer. Okay? So, was wir jetzt noch haben, wie gesagt, wir sind super in der Zeit. Ihr bleibt immer noch sitzen. Wir haben wieder ganz toll vorbereitet unseren Kinder-Uni-Bilder-Rahmen. Euch zeige ich Ihnen als erstes. Und das ist unser Dankeschön an alle Professorinnen und Professoren, die sich trauen, vor so vielen Kindern etwas zu erzählen. Und genau, wir können auch mal ganz kräftig... Tschüss. Tschüss.